Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu einer weiteren Folge auf meinem Kanal. Ein paar von euch hören mir wirklich aufmerksam zu, aber viele wahrscheinlich nicht. Vor ein paar Wochen habe ich gesagt, ich möchte ganz gerne bis Seasonende in allen Modi Champion werden. Das heißt Ones, Twos und Threes, genauso wie die ganzen Extraspiel-Modi. Und ja, was soll ich sagen, den Anfang machen wir aktuell bei Hoops. Die letzte Season habe ich, glaube ich, ungefähr bei Diamond 3 beendet in Hoops, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch wirklich nur, ich glaube, 10 bis 12 Spiele gespielt. Wirklich nicht viel. Und ich glaube, das sieht man auch. Bei Hoops spiele ich aktuell wie so ein Goldspieler gefühlt. Ich habe ja generell nicht so die allergrößte Mechanic, aber ich habe natürlich auch bei Hoops nicht das Rotationsgefühl und eben auch den Gamesense nicht so drin wie im normalen Spiel. Und das merkt man auf jeden Fall. Ihr könnt auf jeden Fall jetzt einmal sehen, wie ich spiele, wenn ich wirklich keinen Plan von einem Modus habe. Aber warum es trotzdem irgendwie für Champion reicht? Ich würde mich daher sehr über einen Daumen nach oben freuen und natürlich, wenn du meinen Kanal abonnieren würdest. Die Runde ist, by the way, super entspannend und ganz ruhig, also ihr könnt dabei super gut chillen. Also jetzt viel Spaß mit dieser Folge. Hol dir 6% Rabatt mit dem Gutschein-Code AnyArt bei R-Ware. Egal ob Credits, Items oder Drops. Bei R-Ware findest du auf jeden Fall etwas für dich. Wir checken also nach dieser Folge die Videobeschreibung. Viel Spaß. Ja, gern erstmal heftig in meinem Stream. Richtig so, Niko. Ja, ja. Zeigt, wie langweilig mein Stream ist, ja. Ne, das Warten ist langweilig. Aber ein guter Entertainer muss das eben auch überbrücken können. Mit einem Kartentrick. Zieh eine Karte, Niko. Oh, ich habe eine Karte gezogen. Legst du wieder irgendwo rein ins Feld? Irgendwo? Ja, habe ich. War es diese Karte und zwar Peak 8. Oh, wie hast du das denn gemacht? Ja, krass, ne? Das war die einzige Karte auf dem Feld. Abtocke. Oh Gott, sorry. Oh wow, ich habe es noch schlimmer gemacht. Oh Gott, was ist das? Du gehst. Du gehst. Das nicht. Sehr nice. Yes. Mit Gefühl filigran. Schöner Pass, aber. Dankeschön. Ist bei den Leuten mitteilen. Hab ich. Ey, diese Kick-Off-Karte. Oh Junge. Boah, ich kann da nichts dran ändern. Ich weiß jetzt auch irgendwas da passiert. Ich bin nicht hoch genug anscheinend. Wie macht er die denn hier? Ja, weiß ich nicht. Genauso wie ich eigentlich. Bisschen steiler vielleicht. Du musst, ne? Jo. Du? Nee. Wird gerammt, aber ist entspannt. Hab nur keinen Boost. Ja? Ist nicht. Nee, aber du? Ey. Ja, guck nochmal. Gut, eigentlich. Bis zum Rahmen fahren. Okay. Komm nochmal. Come on. Ah, nochmal. Nee, er ist da. Ja doch schön. Come on. Bin oben. War da kein Boost. Ja, nice. Das heißt mal wieder. Bis zum Rahmen fahren und dann erst hoch springen. Also auch vollkommen boosten. Also vollkommen durchboosten bis zum Rahmen und dann hoch verstehst du auch nicht so ganz. Deswegen. Hab ich, denke. Ah. Weg. Alles gut. Du. Du, du, du. Come on. Ah. Schade. Erfreulich. Oh Gott. Dumm. Dumm. Einfach dumm. 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 Du bist geklaut. Weg. Uh, ja. Du bist weg erstmal. Alles gut. Alles gut. Schöner 50, Junge. Okay, jetzt mal gucken. Bis zum Rahmen fahren und dann hoch. Nee, ich hab da nicht mehr genügend Boost dafür. Also bis zum Rahmen fahren geht bei mir nicht. Vielleicht ohne Boost oder so. Uiuiui. Oh, ja. Sehr nice. Du gehst. Ich hab da. Oh, ja. Ich hab da. Ich hab da. Ich hab da. Ich hab da. mal relativ, aber ja, weg. Ja, weg. Hast du? Oh, für dich. Nee, nee. Ein Outplate-Aufpassung. Gut luck, ja, oder das genau. Weg. Ja. Ich bin nervig mit ihren ganzen Gerammeln, ey. Die wollen immer so viel rammen, irgendwie. Oder kein Boost. Dieser eine, dieser Grüne da. Immer die Grünen, die rammen. Immer alle grünen. Hab ich? Auch kein Boost, ne? Hm, scheine. Oh, nice. Ups. Ja. So, hab ich nochmal jetzt. Ja, okay. Okay, so macht er so, er so. Nicht so viel Boost ausgeben. Open. Okay. Okay. Nehmen wir mit. Oh, shit, ey. Die müssen, oh, die müssen uns hassen. Der Safe, der Pinch. Ja, da gibt man auch dann auf. Aua. Und jetzt werden wir ingerankt. Ich bin gespannt, was das werden wird. So, wir machen die Spannung mal bis zum Äußersten. Und ich werde eingerankt. Was? Warum bin ich Platin? Warum bin ich Platin 3? Was denn? Was ist das denn? Uuuuh, shit, Junge, ey. Shit. Was? Champion 2? Ja, Platin, passt halt, es passt halt zu dir, Platin. Ich weiß nicht. Du bist so ein Platin-Tief, weißt du? Du warst halt auch noch nie vorher was, ne? Also, ich wollte ja... Nein, 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 pass auf. Du bist ja auch quasi, ohne jemals gespielt zu haben, eingerankt worden. Ich bin ja bei Eiszeit auch Platin eingerankt worden. Aber ich habe ja schon erst das Season gespielt. Yes. Geil, Mann. Trotzdem, Jo.